hallo das hat man hoffentlich mit drauf hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu let's play with you wieder dabei das standardteam Sandra hallo Ronny huu Sascha hallo und Patrick hallo ne Michelle haaa Jacqueline ja ich würd sagen dann hau rein achso muss ich dir dir nennen hau immer in der Taste ne ja unser Sao Ming ist unser Tank bääm alte Kacke tückische Grotte waren wir da nicht ja ich hab alle drei angemeldet achso du wicke Grotte warte ich muss dich mal fokussen fokuse dich mal oh ich hab ne ich hab ne Quest ja hab ich auch hoh juhu er ist der fesserwerfende Sao Ming oh ich muss ihn ja heilen ja wär ne Möglichkeit ne Ich brauche ein Ziel. Na, du darfst dich schon vortrauen. Gefrecht Richtung. Ach, einfach durchstehen. Ne, ne, ist ja nach hinten gelaufen. Go, go! Hopp, hopp, hopp! Zack, zack! Zur Nutz, glaube ich. Tank in Spain? Ohhhh! Nicht auf! Arsch! Das wird dem Vertrauen so ne Sache, ja? Sascha? Das war wieder an den Schritt gewöhnen. Möchtest du bitte nochmal erwähnen, wie ich dich geheilt habe in... Hervorragend! Danke! Ich hatte keinerlei Zeit Angst um mein Leben. Und er hat getränkt, wohlgemerkt. Ich würde es immer wieder machen. Dafür wäre es echt kein Gehrohr, wenn du jetzt gestorben wärst. Kann das noch nicht tun? Das lädt immer noch auf. Tja, ihr glaubt mir ja nicht, dass ich heilen kann. Und das auch noch ohne Eddon. Sag mal, bist du noch ganz irre? Warum hüpft ihr da einfach runter? Weil wir's können. Ich kann's auch. Hihi! Ich kann's auch. Ich kann's auch. Ich kann's auch. Kann ich auch. Sackgasse. Hihi! Er hat Sackgasse. Hihi! Entschuldigung! Oh Mann, ey! Achja! Es ist schon wieder soweit. Die Stunde ist uns 30 Jahre gekommen. Wollte mir sagen, dass ich einen Knall habe, oder was? Im Leben nicht. So kann man's auch sagen. Ich hätte es nicht so aufgedrückt, aber... Geh lang, geh lang, geh lang. Wenn ihr möchtet, dann sag ich halt nichts mehr. Okay. Aber schieb man. Dududu! Das sind außerhalb weiter. Das kann das noch nicht tun. Ich kann dieses Zauber noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Noch nicht verraten. Das kann das noch nicht tun. Das Zauber ist nicht verraten. Diese Fähigkeit ist noch nicht verraten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich kann nicht ohne reden. Das wissen wir. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. Ich will gerade sagen. Ich hatte ja eins den healen. Ich kaufe den Wettungenисьateurs. Na und? Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Nicht genug Energie. Ich kann diesen Zauber noch nicht verlieren. Der Zauber ist noch nicht bereit. Das rät immer noch auf. Ich habe zu wenig Energie. Das ist zu weit entfernt. Z. 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 Blue. Bist du jetzt endlich auf unserem Level, ja? Kannst du jetzt endlich das Wasser reichen? Auf unserem Niveau. Ich glaube, er kann uns immer noch nicht das Wasser reichen. Da ist noch nicht zu. Diese Fähigkeit ist auf dem Weg. Ich bin außer Reichweite. Kette! Kannst du das nicht angreifen? Dam 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 dam. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Nee. Auf Heroic. Ja, wir sehen uns alle vier Monaten nochmal. Ja, ich kann die nämlich nicht heilen. Ach, dann muss das jemand anderes machen, meinst du? Nein. Aber? Vielleicht kann ich ja dann doch heilen. Ich bin noch nicht mehr rein. Dieser Sauber ist noch nicht mehr rein. Diese Fähigkeit kommt nicht mehr rein. Aber ich bin ja eh toll. Natürlich kann ich heilen. Wer stellt das auch in Frage? Das hast du gerade selber getan. Pst. Ich müsste erst etwas anvisieren. Würdest du etwas nie tun. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran. Ja, in Dreibeiden. Jaja. In Dreibeiden. Ja. In Dreibeiden. Wie weit kannst du mich levitieren. Kannst du mich über die Türschwellen levitieren lassen? Das ist noch nicht gut. Ich musste mich nicht mal tragen. Tragen tragen ist altenmodisch. Ich lass dich levitieren. Und fehlt nur die Kettenträger, so wie Kette, wie hier fällt. Ich bin nicht da, bin nicht da, bin nicht da. Mensch, Bild, Erneuerung. Sag mal, hast du noch keine Tattengestalt? Ich mach grad auch 70. 70 macht auch gut Schaden. Ich hab den letzten Letzt-Claimer auf Thomas Damage später geguckt. Teilweise sogar ganz oben. Ja, klar, mit Smiley ist es richtig geil sogar. Hier mit heiliges Feuer und Düne, das macht ordentlich Schaden. Ja, man nennt es Smiley, das ist dieses Heilen und Damage machen beim Dusty. Das ist richtig genial. Wie soll ich denn so bitte mal heilen lernen? Ich heile doch gar nicht, ich mach nur Schaden. Und heilen tue ich niemanden. So, Level 34, levitieren. Gib mir levitieren. Bitte? Lass mich levitieren. Danke. Ich kann das noch nicht tun. Hab ich aus freien Stücken getan. Mhm. Oh, ja. Würde ich auch sagen. Viel eleganer aus. Ich will nicht levitieren. Mach's halt weg. Ich find levitieren voll toll. Ronny, bist du so konzentriert, dass du nicht reden kannst? Glaub schon. Ronny? Gestankt. Aha. Ich klein alles. Nur weil du gestandet bist, bist du nicht gesilenced, halt. Also du kannst noch reden. Nicht unbedingt. Ich habe zu wenig Energie. Ich habe zu wenig Energie. Doch. Ich habe zu wenig Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Zu weit entfernt. Nicht genug Energie. Yay. Ui. Will ich nicht haben. Yay, ganz ganz ein Quest. Hab ich nicht. Fangen wir da jetzt schon fertig, oder wie? Aber Ronny geht natürlich weiter. Da kannst du ja auch. Du kannst ja auch den Kompletter in die Machen. Ich bin außerreich weiter. Kriegen wir dann immer noch den Dungeon gutgeschrieben? Den nächsten, das sind wir dann gutgeschrieben. Also für, für, für den, ähm, für unsere Gilde natürlich, meine ich. Nee, nee. Weil die weiß nicht. Ey, ich sehe aus, während ich levitier als irgendein Zauber dabei, sehe ich aus, als würde ich irgendwie wie einen Schluck Pox an der Kurve hängen. Also machen wir jetzt Schlussangestellung, oder wie? Dann melden wir neu an. Nö, ja. BG, BG. Ja, seit alle 34? Ja, alle 34, alle 34, ne? Jetzt kommen wir aber auch in Maraudon. Ja, wir können aber auch ins BG gehen. BG, 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 BG. Ja, ich bin rausgegangen. Ihr müsst demnach auch rausgehen, weil ich die Anführerin bin. Oh Mann, ey. Die hat Führer gesagt. Wie kann ich denn PvP anmelden? Hier. Was melde ich denn da an? Irgendwas zufällig. Wo melde ich denn da an? Also wir haben hier Warstong und Arati. Mach zufällig. Mach zufällig. Jo, man hat die Glühel für das Limitieren. Warum kann ich nicht? Kann ich level, äh, Stop rausnehmen jetzt, oder? Eigentlich ja. Aber, aber Thomas, mach du mal. Habe ich Lied? Irgendwie, ja. Ich bin gerade zu doof dafür. Ne, wir können auch keine Bonusschlacht, der ist mit Stufe 45. Dann machen wir halt... Spezifisch. Dann können wir ja nur entweder Kriegshimmelnschlucht oder Arati. Arati waren wir beim letzten Mal noch nicht. Das macht eigentlich auch Laune. Ja, dann machen wir Arati. Das kann ich nicht. EP, was? Ach, ihr müsst erst den Level-Stop rausnehmen, alle, die den drin haben. Ja, ich kann ja schon raus. Ich renne ja schon. Ansonsten können wir uns nicht anmelden. Vielleicht da. Das ist mir aber auch neu, dass das jetzt Voraussetzung ist. Meine Schildkröte stirbt gerade. Hä? Vor Erschöpfung. Achso. Wie wär's, wenn du auch nicht unbedingt eine Schildkröte benutzt? Sag mal, Ronny. Hier ist er. War gerade 77 Golf, nicht? Wie viel? 77, oder kannst du mir die Glühflin und Jindujum holen? Ist denn du das Wahnsinn? Kriegst du wieder? So ist raus. Gut. Wartet, lasst erstmal hier, ähm, Patrick, die Glühflin holen. Das Priester ist das, ne? Genau. So, wie heißt die? Sindujun, lieber Dänkwoll. Sindujun. Ich kann mich doch beidrängen wollen, ja. J, gib einfach ein IN ein. Wir sitzen bestimmt noch eine Weile in der, in der, in der Warteschleife. Bin noch gar nicht drinnen. Nimm noch von der Bank, Geld. Ja, okay. Boah, durchschnittliche Wartzeit, 42 Minuten. What? Ich glaube, das kann man knicken, ey. Ich glaube nicht, dass das so lange dauert. Wie sieht es aus? Weil letztes Mal hat es so lange gedauert, wie es oben angezeigt wurde. Sogar länger. Man, warum können wir noch nicht Dings machen? Wenn jetzt noch eine andere Fünfergruppe vor uns stehen, könnten wir Arena machen. Ja. Ist ja geil. Arena-Team erst mit Stufe 70. Ist doch zum Kotzen, ey. Blizzard! Nimm's raus! Ja, was machen wir jetzt? Warten wir jetzt wirklich? Hm. Wir können ja auch einfach mal das andere anmelden und gucken, ob das kürzer ist. Kannst du Bäder anmelden, ne, oder? Ne, ich kann nur eins anmelden. Dann würde ich zufällig machen. Geht nicht zufällig. Ja, können wir nicht. Geht erst mit 45. Hm, 13 Minuten. Jetzt haben wir beide Sachen drin. Dann würde ich sagen, mal ich erstmal in den kurzen Aufnahmestopp, bis es losgeht, wa? Jo, ja. Kannst du rollen? So, es geht los. Ja. Jetzt wird's lustig. Ich heile. Ich heile mal auf dem gleichen Niveau. Ja, diesmal kann ich nicht schnell die Dings holen, die Flagge. Cool, ich hab die Wolke noch drunter, aber ich levitiere nicht. Wir stauben hier alles voll. Ich, hey. Ihr verpackt euch schon wieder alles. Das gibt's ja wohl nicht. Ich lasse alle levitieren hier mal. Ne, Ali hat vier Heiler bisher. Hey, Sascha! Jo. Wer die Katze nicht die Flagge nimmt, fragt man, wer das dann machen darf. Ah, 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 ah. Ich hab da kein Problem mit. Wunderbar. Da ist aber noch ein D-Horscht, ist auch, ähm, ein, ein Schurker. Ich hab die Katze, weil die revitiert. Ganze gucken, es staubt ihr alles zu. Ich muss auch noch. Ja, du, ich, die hatte ich doch nicht eben. Ne, ich staub, ja. Akku, Jakku möchte nicht. Ne, ich hasse das. Ich auch. Das ist wie am Kleiderbügel aufgehängt, so. Haha, Patrick ist Heiler. Äh, ja, ich bin Dissi. Okay. Leiste eins. Äh, nee, ähm. Äh, 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 äh. Ah, doch, hier seid ihr eins. Wer ist Tank? Keiner. Brauchst kein Tank, jetzt hieß's keine Agro. Jetzt hieß die Agro nur, wenn du scheiße aussiehst. Ja, aber... Hahaha. Das ist mal gut, gut gesagt. Aber die Aufnahme läuft von dir, oder? Thomas? Hm? Hast du schon auf den Button gedrückt? Was für ein Button? Ja, Aufnahme. Ja, klar. Auf den Button. Drei. Zwei. Eins. Go. Go, go, go. Juhu. Für die Orde.